Ich bin schon viel Lexington in letzter Zeit unterwegs, oder? Ja, wegen den AP-Wagen und dem neuen Setup. Mhm. Uwe bist du? Auch bei Lexington, oder? Nein. Das wäre geil, wenn, aber nö. Ich bin bei der Independence bei 40.000. Salami? Independence. Salami hat da eine hängige. Salem? Salem? Hä? Hä? Ich habe jetzt gedacht, hier wäre das Schiff Salem, oder? Ach so, das ist türkisch. Salem. Ja, sogar. Salem. Salem Malenko. Salem Flamingo 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 Toast. Töööö. Schau mal, wo der Curry hinfährt, da fahre ich auch hin. Und leg deine Wurst. Stimmt, warte. Ich fahre erstmal hier vor dem Berg, siehst du den Berg? Kommst du, oder hast du Zeit, um auf Energy Server wieder zu gehen? Äh, als CV ist das schlecht, das können wir danach machen. Gut. Weil ich jetzt das Spiel tappe. WTF? Was ist denn jetzt hier los? Hallo, Eckbe. Ich weiß, was hier los ist. Was denn? Joggen. Er hat halt geschrieben, Hallo, Eckbe. Ist türkisch. Ist türkisch. Nein, du bist auch am Stern? Was? Ich hab noch Krümmel im Mund. Aber. Wir verlieren unsere G-Wing. Was? Oder? Nein, er hat gut eingelenkt. Hä? Wer ist jetzt nicht eingelenkt, hätten wir unsere G-Wing verloren. Wir haben keine G-Wing. Fletcher. Ist doch dasselbe. Nein. Fletcher ist geiler, glaube ich. Hoffentlich. Die Fletcher werde ich behalten, wenn sie mir gefällt. Doppelzweig. Ja, er holt mir alles weg. Ich strike ihn zuerst. Er fliegt einfach nur an mir vorbei. Habe ich am Flieger abgeschossen. Ich weiß wenigstens, wie man zurückstreikt. Ich weiß, wie man aufgeht und trotzdem nicht beschossen wird. Also beschossen wird und trotzdem kein Schaden bekommt. Achtung. Ich glaube, er hat gleich auf meine Jäger, meine Bombe abgesehen. Opferjäger schon. Wenn er jetzt mit einem Flieger hinkommt, hast du doch eine gute Karte, oder? Ja. Wenn meine Flieger dann mal was abschießen. Ja, siehst du. Nicht dazu gucken. Habe ich noch mal davon. Achtung, Curry. Wie kann das durch meine Jäger ganze Zeit striken? Er setzt direkt seinen Strike ein. Ich verliere alles. Hast du das gesehen? Das ist doch nicht mehr normal. Da ist die Staffel weg. Meine Staffel ist weg. Er streikt einfach durch, ohne was zu verlieren. Habe ich auch noch nie erlebt. Die Gegner, welche Staffel ist weg. Die ist nicht weg. Mein Kamerad. Die ist in Nebel verschwunden. Was? Die Staffel kann nicht in Nebel verschwinden. Doch. Nein. Landing Card wird jetzt gefickt. Habe ich hier entschlossen. Curry, unterstützt du die hier unten? Mhm. Gut. Die Staffel ist jetzt fast weg. Der ist nur noch ein Flieger. Oh ja, ich mag dieses Schiff. Was denn? Hat dich das jetzt überrascht? Irgendwie schon, dass es vernichtender Schlag war. Ja. Also, dass er tot war, nicht wirklich. Aber vernichtender Schlag, schon. Ich habe eine Bombe eingesetzt. Aber bei dir einen vernichtender Schlag. Mach ich oft mit dir. Ich habe schon mit der drei miteinander einen vernichtenden Schlag geholt. Die Ds sind anfällig gegen HE-Bomb von der. Ich weiß auch nicht, warum. Ich meine, ich glaube, du hast AP mitgenommen. Denkst du, ich nehme AP mit? Ja. Aber seit wann sind die Amerikaner so schnell die Flieger? Die waren noch nie so schnell, oder? Die Ami sind relativ schnell, glaube ich. Aber die Deutschen sollten auch schneller sein, oder? Guck mal, ich komme nicht mal mit einem Death of Strike hinterher. Ein Death of Strike? Also mit einer... Mit einem Strike-Angriff. Alter, Finger hat eine Million AP auf seiner Z. Ja, ich sage mal, geile Fletcher-Aktion. Ja, Fletcher ist geil, sage ich doch. Nein, er hat einfach getobt, blind, ne? Wollte eigentlich den Kreuzer da vorne treffen, ne? Nein, ich sage doch, Fletcher ist geil. Das ist jetzt, warum ich die auch mit unterhaben will. Aber erstmal kommen die Machern, dann kommen die Benz und dann kommt die Fletcher. Und dann wird gefletscht. Mit den Fähnen. Schuss. Konzentrieren wir uns mal in die feindliche Flugstaffel. Ach, er hat nur noch drei. Lass ich ihn dann kommen. Geh ich auf die Erdingberg. Aua! Der Friedrich hat mich überpenetriert. Autsch. Du musst überleben. Du musst endlich mal dein Ding hinbekommen. Mein was? Dein Schneide Minotauro? Achso. Ja, ich bin ja nicht, so der hat mich überpenetriert. Ja, aber trotzdem. Du sollst nicht sterben. Das ist die erste Regel vom Phantom. Mach ich auch nicht. Der hat mir nur 1000 Schaden oder so reingedrückt. Und das war halt Aua, weil ich habe jetzt ein Loch in meinem Schiff. Dieses Loch ist nicht schön. Das sieht hässlich aus. Dieser CW ist echt komisch. Der spielt komisch, oder? Ja. Ich bin hier in der Neptun. Und der greift trotzdem an. Also, der greift eine Bismarck an. Die fünf Kilometer neben, sechs Kilometer neben mir ist. Trotzdem verliert er nur einen Flieger. Hm. Hat er wohl schon mal. Wenn meine Flieger eben nicht abschließen. Kommen wir da nur einen Flieger? Ne, zwei. Ja, ich habe nochmal durchgestreigt. Ja, ich habe aber nur zwei abgeschossen. Hm. Ich bin schon bei meinem zweiten Kill. Ach so, ich habe noch einen Bomber übrig. Ist mir nicht aufgefallen. Nagato. Leute, der Bissberg ist an mir abgeprallt. Ja, wenn du gut, ich sag's ja, wenn du als Minutaucho gut stehst, ne? Ich stand zu dem breit. Oh, dann, sag ich. Auf 15 Kilometer. Also, leicht, minimal angewinkelt. Ach, ne Fletcher. Ich auf der. Ey, Fletcher. Ja. Hat sehr gut Flack. Ja, weil ich mir noch keinen abgeschossen. Dafür brennt er jetzt, ne? Oh. Dann sind deine Jäger wieder. Sehr schön. Ja, tu dir mal wieder zu mir. Ja. Ich habe bis jetzt kaum was verloren. Ich habe bis jetzt noch ein paar Jäger verloren, aber meine Baumastafel ist fast noch komplett. Ich habe für uns den Flieger abgeschossen. Ohne Schicht. Wie weit kommt deine Flack? 8,6. Ah, scheiße. Der gute Schaden beginnt ab. Wie weit ist die Friedrich von dir entfernt? Der Friedrich ist 1,4. Gut. Also, mein Friedrich. Ja, den will ich gerade angreifen. Den ich angreife. Ja, ich will ihn ein bisschen in Brand setzen. Aber mein Schaden. Geht mir gerade nur eine Tüterringe auf. Ja, aber willst du lieber überleben oder deinen Schaden ausbreiten? Hey, ich stehe im Nebel. Und bewege mich jetzt auch. Oh, voll gut. Mach Friedrich. Äh, mach Bismarck. Wo ist die denn? Da hinten. Die steht alleine. Hm. Zu spät. So, mein Spaß. Die hat direkt... Kannst du ihn schaffen? Nee, ich... Obwohl... Ich könnte, aber ich mach jetzt Bismarck. Jetzt hat die 12. Und dann leben jetzt wieder schwerer, weil die hat... Oh, da hast du Bismarck. Ja. Ich bin ja nicht auf die Nagato. Mach Bismarck jetzt. Ist gerade ein kleines Problem von mir. Gut. Aber ich könnte noch einen Kill abstaumen. Ja! Bist du tot? Ja! Der hat dich gerade beleidigt. Noob-Swemmer. Ja. Wer ist der? Das ist der, der dich gekillt hat. Ja. Der brennt. Und fährt in einen deiner Trops rein. Ja. Ja, hier. Noob-Spammer. Hab ich gut runtergehauen nochmal für dich, ne? Noob-Spammer. Ja, komisch. Also, ich hab dir gesehen, dass du ihn gekillt hast. Das tut mir leid, dass ich in der Ballerbude bin. Du bleibst, dass das so ist. Leid er sich. So tut mir leid, dass ich 4,4 Sekunden nach Ladezeit habe. Ja, weil mir jetzt X-Masher AA stark ist, wo ich meine Bomber hinziehen kann, ne? Atago, du rettest mich vielleicht nochmal den Arsch. Aber hier wird wirklich eine Kraft-Secting gewürdigt, ne? Nicht wie beim letzten Spiel, ne? Geh mal auf die Atlanta, ne? Ey, guck mal, ich stehe da nicht mal in dem Zweig drin, ne? Der holt mir alles weg. Geh mal, ich stehe da nicht mal. Na, war das nochmal mein Dritter Kill? Komm, komm, komm Also nichts gehts über eine Craft Zeppelin, oder? Auch Zwei Craft Zeppelins? Ja Boom, baby I'm full of energy Yup Alter Schmiede Boom Oh Untertitelung des ZDF, 2020